Hallo zusammen, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 25.03.2021. Ja, ich bin zum Glück mal nicht alleine hier in der Sendung, sondern habe einen super Gast bei mir drin. Das ist der Christian, der an mich herangetreten ist, nachdem ich mit dem Detlef vom Till-Eulenspiegel-Kanal ja auch ein Video gedreht habe, aufgezeichnet habe. Ja, und er wird einiges aus seinem Leben berichten, heißt, geht ja unter dem Motto vom Saulus zum Paulus und wie Christian dann zum Glauben, zum Herrn, zu Jesus Christus gefunden hat. Auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit. Könnt ihr dann gerne anschauen bei VK, bei Bitchute, die sich den Trailer bei WIC News TV aufrufen. entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!